Wie bei Jungen! Ja! Yo Leute, was geht ihr damit herzlich? Willkommen zu meinem absoluten Lieblingsformat. Es ist so geil. Ihr habt euch alle drauf gefreut. Letztes Mal lief super. Aktuell läuft es super. 190 oder Punkt, Punkt, Punkt Draft. Heute mit Steini und erzähl selber. Hammergeil. Ja. Vegola, reines Sonnenblumenöl. Reich an Vitamin E. Vitamin Eiersalat. Guck mal, 2018 sogar prämiert. Geil. Valida muss heute schön so ein Schützken im Mund gurgeln. Zehn Sekunden lang. Der Gewinner darf runterzählen. Und danach darf das Ganze erst raus. Wir können ja immer kurz festhalten. Pro 100 Milliliter. Also ich meine, wir trinken es sowieso nicht. Aber 92 Gramm Fett? Es ist super gesund, Freunde. Falls ihr das Ganze feiert, lasst einen Daumen da. Wir haben bei Steini auch eine Folge aufgenommen. Die lief auch schon wieder super. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nicht zum Nachmachen, Animieren. Ja, mach das nicht nach, Freunde. Es ist nicht gesund. Was mir schon halt wirklich bei Steini in seiner Folge aufgefallen ist, Freunde. Der Typ, der verheimlicht uns irgendwas. Weil alle Bestrafungen, die wir hier machen, hat der schon mal irgendwann im privaten Kreis gemacht. Ich weiß nicht, was das für ein Freundeskreis ist. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich nicht in Generationen Internet groß geworden bin. Weil mir ist nicht nur virtuelle Scheiße, Freunde. Ach, ich bin der Stein. Ich hab ein Real Life, Allah. Ich hab ein Real Life. Ah, ja. Und warum? Weil ich der Geilste bin. Punkt. Du sagst, du bist nicht der Geilste. Wir werden es jetzt in dem Draft sehen. Wir werden es jetzt in dem Draft sehen, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben auf dem Video da. 10.000 Likes wäre babamäßig. Dann kommt direkt das nächste 197 oder Sexpuppendraft. Ach so, schnick, schnack, schnuck, ne? Ja. Fuck. Ich fang an, Freunde. Finde ich gut. Scheißegal, ich fang an. Geil. Schon mal nur dreckige Drecksformationen. Die sind alle nicht geil zu linken, Freunde. Das ist schon mal gut. Falls ihr die Formationen auch gut findet, lasst einen Daumen nach oben. Scheiße. Ihr seid ehrlich, also scheiße. Ja. Ihr könnt halt nur Gold wert sein, wenn du scheiß Ikonen kriegst. Ich hoffe, du kriegst keine Ikonen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich so ganz early bin. Ja, dankeschön. Das kommt davon. Wieso? Digga, das kommt davon. Warum ist das so? Das kommt davon. Provozier mich doch einfach nicht. Häää? Häää? Why? Ich hoffe, du kriegst die Todeskackbank. Sehr, mit Sicherheit. Deswegen bin ich auch gerade noch so ein bisschen... Grau ist, Alter. Hier. Bisschen eher auf Chilaui-Modus. Ich hoffe, deine Bank wird scheiße wie Dina. Ich hoffe, jetzt wird alles scheiße. Genau so. Genau so möchte ich es sehen. Setz das Problem in die... Zur, du sag. Nein, die Spieler linken. Hier, Gustavo, der hat bestimmt ein paar Drogen dabei. Wenn du Maradona kriegst, die haben auch einen weißen Linken. So von Drogenhändler zu Kurier. Das musst du auch mal so sehen. Ah, läuft... Ah, okay, scheiße. Na? Ja, schönes Ding. Alter, verriere. Schönes Ding. Rolando. Das ist die gleiche Nation wie Ronaldo. Fast gleicher Name. Shadow hat der 40 Pace. Das ist natürlich schwach jetzt hier. Dann komm doch direkt Instant Karma. Du kriegst Kacke. Digga, ist aber wirklich nur Knot, ne? Ja, ich fühle mich auch ärgern an der Stelle, ehrlich. Wenn es um so eine Bestrafung geht, dann auf ganzer Linie zu verkacken, ey. Ich weiß nicht, ne? Das ist wie ein ekliger Furz, ey. Komm, Hernandez. Oh, ist er gut? Nee. Roberta Carlos? Kein guter. Oh, wer sind Sie denn? Sind Sie der Herr Yashin? Aber pass mal auf, pass mal auf. Hier, werde ich nichts mehr kriegen. Ja, finde ich gut. Ich werde da nichts mehr kriegen. Max, guck mal. Grüße. Das ist nur Bullshit-Rating. Ja, 98 kämmert es ja schon. Du brauchst eigentlich nur noch einen Innenverteidiger aus der Premier League, der irgendwas kann. Ja? Gussabo verfolgt dich. Super wäre natürlich auch, wenn du gar kein 190 schaffst. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das Thema ist schon mehr oder weniger durch. Ich will Reus nehmen, ne? Ja, nehm ich Reus. Ja, der hat ja eigentlich super. Na gut, 189, wenn es dabei bleibt. Wenn es dabei bleibt. Ey, du, also ich hoffe einfach, die drei Gammel-ZMs bleiben da stehen. Das wäre einfach geil. Das wäre einfach geil, wenn die drei Gammel-ZMs stehen bleiben. Gib ihm ihr, ey, Alter. Alles klar, Murat. Nein. Ui! Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Was ist das? Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. Ich hoffe einfach nur, dass die Gammel-Zerms war schämen bei einem Ding, ah? Was ist das? Verrate mir, was das für eine Scheiße soll. Wie kann man sich bei diesem Scheiß-Format so vor Glück einpissen? Hu, 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 hui. Die Frage ist, jetzt bringt die Eiken da was? Oder sollen wir einen Ramos mitnehmen? Die Frage ist, jetzt bringt die Eiken da was? Das wäre ja auch schon nur die fünfte gewesen, Alter. Komm, ich nehme die Mieter da mal rum. Ah, nacht, nachts in der Kippe auf der Bank. Ah, das ist okay. Nein, das ist nicht so gut. Aber 190? Das ist ein 91er, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja, im Grunde hätten ein paar mehr Eikons kommen müssen, dann wäre hier mehr drin gewesen. Zwei Sachen nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es zum 192er gereicht hätte. Ich weiß nicht, ob es gereicht hat, jetzt möchte ich gucken. Weil das wäre sick. Okay, viel Wind um gar nichts. Aber gut, das war es schon nochmal, ne? So, Freunde, jetzt wird endlich mal wieder nach langer Zeit in diesem Format meinerseits ein gutes Draft gebaut. Abfahrt, Junge. 4, 3, 2, 1. Weiß ich nicht, ob ich den nehme. Ja. Abfahrt. Gute Ikonna zum Start. Scheiße. Komm schon, Best, Best, Figo, Best, Figo, Best, Figo, Best. Ja, Ikonna. Das ist jetzt schon besser, als meine letzten drei Drafts in diesem Format. Und guck mal, da bin ich wieder. The Elm. The Elm. Ikone. 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 Ah, Rakitic of... Na, komm. Spanier, Spanier Premier League ist gut zu linken. Pogba! Ich bin doch da. Zum Glück. Naja, ich muss erstmal auf Save gehen. Warum kriegt man immer Rudi? Warum kriegt man denn immer Rudi, Alter? Na, Rudi. Ah. Ja, komm, wir gehen mal Risiko. Vielleicht kommt ein Chiellini. Wollt ihr denn da acht liegen, oder was? Ja. Ja, okay, war eine Scheißidee. Aber weißt du, ich gestehe mir das ein. Ich gestehe mir die Scheißidee wenigstens ein. Aber das ist doch schon wieder reudig, Alter. Das ist doch schon wieder Kacke. Ja, ich... Ja, guck mal, ich würde gar reinnehmen, weil wenn du Roli... Roli griffst als Vorwart... Nein, ich habe mich verklickt. Was ist das denn? Kolasinac. Warte, ich sage es, seine Ehrenleute kriegt er da. Ja, aber guck mir doch mal das Team an, Jaschin jetzt. Ja, er rallert hier rum. Danke. Das ist echt doch jetzt der Dings in dem Klingerei. So, jetzt muss die Bank knallen. EA Sports. Die Bank muss ballern. Bank muss ballern. Alles verstanden, EA? Bank muss ballern. Komm schon, komm schon, Ikone. Ah! Aber? Reicht er trotzdem. Ah ja, okay. Rechtsverteidiger wegbekommen. Er steht und fällt mit dem rechten... Ich darf es keine High-Rated kriegen. Oh, das war gar nicht mal so schlau. Scheiße! Aber Verteidiger kriegst ja sowieso noch. Brauch Mittelfeld. Mittelfeld. Irgendwas Zentrales High-Rated. Das scheißt so sehr... Ja, passt halt auch gut rein. Naja, ist halt... Er muss halt für die Bank mitnehmen. Muss halt für Rating mitnehmen. 191er ist er, ne? Ich brauche einen guten Rechtsverteidiger. Aber immerhin kriegst du, wenn du Pisse kriegst du mal Leute. Aber das ist halt... Ich habe die ganze Scheiße in der Startelf, weißt du? Besser. Besser, besser, besser. Zieht Chemistry ab? Hä? Achso, wegen Smalling. Komm, ich brauche einen Rechtsverteidiger. Aber jetzt sind die Positionen, die du brauchst. Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Kann alles verändern. Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Ne, ich muss auf Safe erstmal gehen. Boah, Jesus, mach einen guten Rechtsverteidiger. Fuck! Scheiße! Au! Das ist so hart gezinkt, ne? Wie krass das gezinkt ist, Junge! Hä? Oha. Ich brauche nur einen Manager. Und einen guten Ersatzkeeper. Nein. Ja. Nein! Es ist schon vorbei! Es ist schon vorbei! Ja, meine Freunde. Die Leute fragen mich immer. Es ist schon vorbei als Maul! Das kann doch nicht sein! Wie ist es so, denn Geil zu sein? Es ist manchmal schwierig. Mann, Alter! Wenn man morgens in den Spiegel schaut und dadurch eine Erektion bekommt. So weit dein Maul, Alter. Es ist scheiß Drecksformat. Du bist der Typ, der... Checkst du wieder nicht. Du bist der Typ, der durch Lack ein geiles Draft baut und sich dann aufführt, als wäre er der krasseste Motherfucker. Soll ich dir sagen, welcher Typ ich nicht bin? Soll ich dir sagen, welcher Typ ich nicht bin? Ja, erzähl mir, welcher Typ du nicht bist! Der... Super! Das riecht halt wirklich so wie die Farbe, die du draußen an eine Zäune dranschmierst, ne? Ja, trinken möchte ich das nicht, also... Ach, warum ist das Leben so gemeint? Aber 190 ist stark! Ach geil, ich finde das geil, dass ich auch mal in diesen Genuss kommen kann. Das ist so lächerlich! Endlich mal ernst gemacht, weißt du? Ich hab... Mein Herz ist normalerweise immer zu groß. Das ist so lächerlich, Digga! Weißt du? Guckt ihn euch an, den kleinen Junge hier, den möchtest du nicht schänden. Aber die Zeit ist vorbei bei mir. Jetzt wird volle Möhre rein! Stößchen! Komm, ich dring mit. Ja, geil, Ehrenmann! Mein Gott! Zehn Sekunden, ne? Ja, ja. Ich zähl aber erst mit dem und dem und... Und dann mach mal den hier gleich. Dann grotze ich dir auf deine Drecksmonitore. Stößchen, Stößchen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. 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 Raus! Es ist überall! Meine Lippen! Ist das eklig! Oh! Ja, aber das kann ja eigentlich nicht ablaufen, oder? 19.11.18? Das kann doch nicht ablaufen, oder? Freunde im Chat! Das kann doch nicht ablaufen, oder? Das kann doch nicht ablaufen, oder? Ja. Wie gesagt, Freunde, macht das nicht nach zu Hause! Halb! In 20 Minuten live stream! Geil! Du kannst doch so reingehen! Begrüß die Leute so! Fahr nicht jeweils los! Ja, Freunde, ich rufe das Spielwagen euch gefallen! Lasst gerne einen Sau nach oben da! Hau da rein! Steini, komm! Erzähl was! Tschüss! Das werd ich euch erzählen! Die Jungs wissen, ich bin der Geilste! Der Geilste braucht nichts mehr sagen! Ich bin raus! Macht's gut! Drei! Ich bin raus! Tja! Das war! Taht! Tja! Tja!